So, da sind wir wieder und wir bauen natürlich direkt weiter, wie immer. So, da sind wir wieder. Es ist klug von Ihnen, sich um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Ach so, ist ja nicht. Okay, ich weiss, die hat gesagt, dass irgendwas da mit der Raumstation irgendwas... Warnung. Warnung. Die Firmenaktien steigen. Das ist komisch. Also hier kann man noch nichts machen. Okay. Okay, ich bin wieder zurück. Die Firmenaktien steigen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kampfstationen Und Tschüss Bereit für Einsatz Es sieht aber einiges besser aus, wenn man mit der Flutwelle dies noch gibt Hammer Bam 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 Ja aber äh Das schaffe ich ja nie so, wenn das Schiff jetzt schon halb zerstört ist Ah das ist ein Reparierschiff, jetzt habe ich es geschnallt Ey so cool Ah ok Bereit für Einsatz Waffensysteme bereit Bestätigt Also es kommt mir jetzt so ein bisschen Mario Kart mässig vor da mit dem Einsammeln von den Perks Im Gange Lustig Hat es auch noch nie gegeben Ja gut Ja gut, ich bin mir eher der Indus Spiegel Bestätigt Ziel bestätigt Ziel bestätigt Wir wissen beide, dass es gefährlich wird Aber sie sind noch eine wahre Kämpfer Natur, mein Freund Das ist noch nicht Das ist noch nicht Und es ist noch eine große Herausforderung Das ist noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich glaube, besser geht's nicht. Die Gefahrenanzeige für Seereisen steht auf rot. Sollte da nicht jemand etwas tun? Verstanden. Bestätigt. Wir werden beschossen. Roger. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Wir werden beschossen. Volle Kraft voraus. Bereit für Einsatz. Bereit für Einsatz. Koordinaten bestätigt. Sind unterwegs. Verstanden. Diese Nachricht kam gerade rein. Gratulation zu Ihrem Sieg. Roger. Feuer frei. Roger. Alles klar. Ich krieg deine Generalüberholung. Im Gange. Im Gange. Sind unterwegs. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Alle zum Einsatz. Bewerbungen. Ja. Er wird begann. Bestätigt. Nein. Nichts, nein. 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 Bestätigt. Ich kümmere mich um die Reparaturen. Ziel bestätigt. Volle Kraft voraus. Im Gange. Kampfstationen. Grünes Licht. Bereit für Einsatz. Bestätigt. Volle Kraft voraus. Alles klar, ich krieg deine Generalüberholung. Roger. Im Gange. Ich möchte Ihnen jetzt nicht so machen, wie du sie nennst restorationen. Du bist zur richtigen Zeit. Bestätigt. Das hast du gut gemacht. Drei Buns los. Effizient. Und endgültig erledigt. Koordinaten bestätigt. Da, Herb. Es ist so gut wie neu. Grünes Licht. Kampfstationen. Sie greifen an. Sind unterwegs. Alle zum Einsatz. Nuklearrakete abgefunden. Sind unterwegs. Instandsetzung läuft. Okay, voll die Kriegsherrschaft hier. Grünes Licht. Grünes Licht. Ein kleines Bötchen da. Sicherheitsstufen erhöhen. Hier sind alles wegballend. Die Welt nicht. Wir werden angeguckt. Nuklearrakete abgekommt. Nuklearrakete abgekommt. Kampfstationen. Waffensysteme bereit. Koordinaten bestätigt. Koordinaten bestätigt. Rocher. Kampfstationen. Ich sehe schon was los ist. Kein Problem. Feuer frei. Roger. Im Gange. Koordinaten bestätigt. Feuer frei. Koordinaten bestätigt. Feuer frei. 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 Es ist so gut wie neu. Roger. Verstanden. Im Gange. Ich weiß, Sie haben viele Eisen im Feuer, also bekommen Sie es bitte nicht in den falschen Hals, wenn ich mich nach der Aufgabe erkundige. Hoffen bedarf es einer starken Hand, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Ihre war sicher stark genug. Koordinaten bestätigt. Bereit für Einsatz. Kampfstationen. Alle in die Quartiere. Sind unterwegs. Gut da, fertig. Es ist so gut wie neu. Dann hast du es aber gezeigt. Ein Haufen Schiffe. Auf dem Meeres kommt. Keins davon gehört uns. Das nenne ich ein Happy End. Reparieren oder ausschiffen? Wir machen beides, was? Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Wir haben den Kontakt zu... Untertitelung des ZDF, 2020